Was geht, Leute? Und heute spielen wir wieder Indie-Horror-Games. Wir haben ja letztes Mal Eilis Jack gespielt. Heute spielen wir... Ich heiße das laut. Tick-Waller. Ich hab die Geschichte vergessen, aber... Ich glaube, es spielt in mein... Nee, oder? We're far away from the city in the middle of nowhere. We decided to stop here, here, at the smart... Mart? Okay. Hallo? Ich kämpfe dich? Wieso kann ich mich nicht bewegen, Alter? Ich heiße das, Mann. Oder lass mich doch bewegen. What a perfect place for us to stop by after a long ride. Let's see what... Okay. So... Oh. Oh, eure Gesichter sind jetzt... You found car key. Okay. If only Emily hadn't driven so slowly, we did already be at our camp. Das ist ja... Ähm... Oder das... Das regt mich auf, dass ich nicht sprinten kann, Bro. Weißt du? Du musst immer in ein Spiel sprinten einstellen, weil... Bro, sonst fühlst du dich so langsam und das ist nicht cool. Watch out, strange. Alert. Camper's body found in woods. Possible encounter with large creature or bear's sad news. A camper's body was found in her woods and sight suggests a run-in with a big creature or maybe a bear. World life official on her hand, but it's still whiskey out there. Stay safe, folks. Oh, danke, Mann. Also, wir sind allein in Wald und wollen im Camp. Okay. Yo! Okay, ist egal. Das sieht aus wie... Von Tojo. Das ist ja Kaufer, ja. Kann ich die öffnen? Warte. Flaschleit. Oh, Musik. Was du? Die Musik ist feier, Emily, go get me some snacks and cola, I'm waiting. Bin ich Emily, oder was? Hey. Wow, krass. Die Snack looks delicious, ja. So, ich bin wirklich Emily, oder? Okay. Okay. So, Laced, Classic und Cola glücklich. Lulb. Wieso heißt das Lulb? Oh. Achso, das macht das jetzt einfacher, okay. Ähm. Was geht hier ab, Mann? Oh, Doppelkinn, oder was? Best Quality. Ähm. Wieso brauchst du überhaupt so viel, alter? Ich mag nicht mal Chips. Kann sofort direkt... Kartoffeln essen, alter. Ich glaube, ich darf hier... Oha, Chicken. Yo. Wow. Okay. Wow. Das dauert so lange. Alles gut, ich guck einfach nach. Okay. Okay. Wow. Mir fehlt nur noch eins. Wo ist das? Wow. Wo ist das? Oha, okay. Wie lange dauert das jetzt? Ah, ich finde es nicht, man. Wow, wo ist diese Scheiße? Okay. Das hat lange gedauert, wirklich. Das hat nur das Buch, okay? Oha, okay. Was ist das jetzt? Nee, oder? Ich kann ganz getrschillig nach Hause gehen, oder? Test wird, I shall go now. Oha, okay. Okay. Ja, cool. Junge, ich sehe gar nichts. Es ist so dunkel. Ich kann den Sound-Effekt. Ich kann den Sound-Effekt irgendwoher. Ich kann den Sound-Effekt in der Toilette. Das müssen wir hin. Wow. Help! Someone help! Help! Nice! Wir können jetzt nach Hause. Was liegt da denn hinten? Ich versteh das nicht, man. Es ist erstmal dunkel, unsichtbare Wände und jetzt ist noch Tim gestorben, Alter. War das eine Ratze? Okay! Dann gehen wir mal nach Hause. Weil ich habe ja alles abgeschlossen. Was geht jetzt nach Hause? Zack, zack! Natürlich kann ich nicht nach Hause. Oder zum Camp? Wenigstens! Ahhhh... Warte mal! Woah! 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 Okay! Wir sind im Hit-Hack-Mod, oder so wie das heißt. Freezer! Miet! Miet! Cabbage? Blumenkohl? Ist es jemand reingegangen? Ja, Jumpscare! Jumpscare gleich! Jumpscare! 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 Ja, geh doch jetzt nach Hause. Hä? Bist du irgendwie dumm? Oder geh doch jetzt einfach nach Hause. Bedroom Key. Wofür brauch ich dieses Bedroom Key? Where's that little doggo? Meats! Okay, alles cool. Ich kann immer noch nicht sprinten. Das nervt. You found chest key. Okay. Ähm. Jumpscare. The chest. War hier irgendwo ein chest? Weiß es nicht. Wo war das denn? Ich such das mal. Oder? Das muss doch irgendwo hier sein. Oder? Nein. Äh. Okay. Oh. Ich kann nicht sprinten. Wirklich? Ich skippe die Toilets. Ja, cool. Oh. Ja, eigentlich. Ja, eigentlich. das wird wieder so lange dauern ich habe mich noch nicht Was war das? Hahahaha Hoooo Hooo Hooo Scheiße Ja man, erst mal einsam mit Kona Woah Wer bist du? Was ist los hier? Das ist kein gutes Spiel. Das spielt dich lieber mal, das hat lange nicht gedauert. Naja, ähm, das war Tick Waller. Es war ne gute Idee, aber man konnte es ein bisschen mehr heller machen und dass man sprinten kann, weil Sprinten und Licht ist das Wichtigste. Aber sonst ist es ein gutes Spiel. Wir sind uns in der nächsten Folge von Indie Horror Games oder sonst noch was. Ähm, liked das Video, abonniert mich, ihr würdet mich gut unterstützen. Ich will die 500 Abonnenten erreichen. Und dann, ja, bis bald.